Grüß euch Leerl. Wir haben Anfang Februar die Düngung steht hier richtig bevor. Wenn ihr euch mal gefrärt, werden die ersten sicher losfahren. Über den Winter sind wieder einige Sachen vielleicht vergessen worden, zum Beispiel die Dünger der Böden oder wie kalibriere ich die Geschwindigkeit. Wir machen für euch kurze Einschulungsvideos, wo wir das alles genau beschreiben. Obwohl es dann trotzdem noch Fragen auftreten, kann man gerne bei uns anrufen beim Service. Wir sind alle für euch da.